Die Zweitligisten im Formcheck zum Durchklicken, Bildergalerie 2. Bundesliga, Formcheck vor Rückrunde 37, Bilder 11 Tage nach der Bundesliga startet auch Liga 2 ins Jahr 2019. Ab Dienstag holt wieder der Ball. Wie ist der Stand der Dinge bei den 18 Teams? Wer sind die Gewinner und Verlierer der Wintervorbereitung? Sport1 macht den Formcheck. Anzeige Anzeige Anzeige